Ja! In der Luft! Ja! Ja, ich bin immer noch am Rätseln, wer Jankowski war. Ist doch jetzt ein bisschen peinlich, dass ich nicht mehr weiß, wer Jankowski war. Aber naja. Bekomme ja auch nur 200 Leute mit, dass ich so doof bin. Oh, da war ein Telefon, dass ich hier keinen Anschluss hatte. Toll! Oh-oh. Oh-oh, da hat sich was bewegt. Und die Tür geht... Hallo, Alma, kannst du mal hier aufschließen? Danke, Alma. Ach, Mann. Da oben geht's auch nicht lang. Ähm, die Tür vielleicht, hä? Ja, die geht auf. Gut. Oh-oh. Wow. Was war das denn? Eine Explosion? Hm. Oh-oh, Checkpoint wird gespeichert. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber ich geh jetzt einfach mal stumpf geradeaus und pique hier ein. Nein, Moment. Gegen wen? Gegen Alma? Los, wir hauen ab! Und wohin? Die sind überall. Oh. Was? Ach, du Scheiße. Ach, oh mein Gott. Mit Schutzschild und so. Oh mein Gott. Als ob die hier nicht schon schwer genug sind. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Okay. Hier, Echo 6. Haben die erste Markierung erreicht. Äh, ja. Wir nehmen die. Ja. Oh. Scheiße. Ja, komm. Ach, alle erwischt. Ja. Das ging ja leicht. Hm. So. Äh, hier nehmen wir mal alles. Äh, nein, 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 nein. Hier das auch nicht. Hey. Ich hab ihn erwischt. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich glaub, der stirbt nicht, oder? Nein. Ach der. Aber er schießt zurück. Hallo? Oh, ich muss niesen. Ich muss niesen. Oh Gott, ich muss niesen. Oh, so viel Staub da. Ah. Ah, sorry Leute. Ich hab keinen Stummschalteknopf. Aber danke. Danke für die Gesundheitswünsche. Ah, Mann, Mann, Mann. Aber jetzt fühl ich mich auf einmal so erleichtert nach dem Niesen. Hey, ich glaube jetzt, ne? Jetzt wird alles laufen. Ich fühl mich auf einmal so mächtig. Pass auf. Boah. Und Granate hier. Gegen den Typen da. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Wo ist Dieben gelandet? Ja, den hast du erwischt und... Da oben ist immer noch einer. Ähm. Hallo Medipack. Hallo Medipack. So. Und komm ich denn hier rum? Hat er eine Granate geworfen oder was war das? Sag mal, spinnst du? Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? So. Noch einer. Und... Oh nein, sie haben... Sie haben... Bip, bip, umgebracht. Bip, bip, nein. Verdammt. Hey, cool. Wow. Oh. Ah, okay, jetzt haben die es aufgemacht, oder? Oh. Ich sollte weniger rumspielen und ernsthaft spielen, oder? Ach ja, aber dann wäre es ja nicht so lustig. Naja, egal. Hier machen wir es so und jetzt machen wir das hier. Hier, Echosix. Haben die erste Markierung erreicht. Uh. Was, die... Ich mein, was sind das für Granaten, die... So. Also, das Granatenwerfen ist echt irgendwie noch ein bisschen... Ziemlich scheiße. Also, vor allem die Explosion und so. Also, irgendwie treffen die nie. Ja, und jetzt da oben irgendwen. So, zeigt euch. So, komm, 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 komm. Ah, Mann. So, ohne Zeitlupe geht es irgendwie cooler. Moment, da will ich mal einer hin. Einfach so aus... Und noch eine, komm, weil ich cool bin. So. Was? Warum explodiert hier alles? Oh, oh, da oben, oder? Da oben. Oh, ach, da. Ich wäre ja gerade voll verwirrt. Mein Gott. Ich überlebe das nicht. Ich überlebe das nicht. Ähm, ich mache hier einen kleinen Schnitt. Irgendwie bin ich gerade genervt und ich merke, dass das Kommentieren nicht so klappt, wie ich möchte. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Huh, huh, äh, was ist denn da passiert? Habe ich die Aufnahme echt genervt beendet? Das ist mir jetzt aber peinlich. Nee, also, ja, ähm, ich entschuldige mich für den kleinen... Naja, Nervenzusammenbruch war es ja nicht. Es gibt Schlimmeres. Aber naja. Wir machen jetzt einfach mal hier weiter und... Oh, boah. Ja, da geht es auch schon gleich viel besser los, hä? Also, wenn ich jetzt gleich nochmal verliere, dann, äh, dann, dann beende ich das LP. So. Nee. So, da rennt der Typ. Ja, den lasse ich mal da einfach rumrennen und habe ich denn so eine Selbstschussanlage? Nee, die habe ich nicht. Moment. Ähm. Ja, ich habe auch jetzt, ähm, gemerkt, dass ich mal mehr mit meinen Waffen hier rumspielen sollte. Wow. Und zwar Granateneinsätzen, etc. Etc, etc. So, und... So. Ähm, und falls ihr euch wundert, woher ich diese Laserwaffe habe, ich... Ich weiß gar nicht mehr, habe ich die gehabt? Letzten Aufnahme. Weil ich vergessen habe zu speichern und dann musste ich nochmal kurz alles rennen. Aber naja. Also, ja, ich habe mir die Laserwaffe genommen. Vielleicht geht es ja damit... Hallo. Nein. Ha, jetzt. Ich glaube es ja nicht. So, jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir mal hier die 5. Ja, die 5. Und platzieren sie da ganz gewitzt da hinten. So, und da haben wir einen erwischt. Mann, hat sich das gelohnt. Das gibt es ja nicht. So. Äh. Da habe ich, glaube ich... Na, welchen... Äh. Au, und da hinten. Ich... Nein. Du tötest mich nicht. Vergiss es. So. Moment. Oh, 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 oh. So, der untere Typ da, der... Der... Moment, ist er das? Das ist der... So, Freundchen. Hasta la vista. Böbö. So. Weg ist er. Gut. Ähm. Hey, wir sind weitergekommen. Yeah. Was zum... Was zum... Ein Suizid-Schrank. Nee, ein... Wie heißen die Kamikaze-Schrank? Oh mein Gott. Ich sag's immer wieder. Die Einrichtung ist gegen mich. Verdammt. So, nee, dann nehmen wir jetzt mal hier das Maschinengewehr und... Wer hat die Granate geworfen? Das war eine Granate. Und das ist ein Schrank, der mich nicht durchlässt. Hey. So. Kommst nicht rein. Ähm... Okay. Naja. Oh mein... Oh mein Gott. Boah. Also, das Add-on ist wirklich verdammt schwer. Das ist verdammt schwer. Viel... Und... Achso, ich... Gups. Nein, komm her. Ohohoho. Wie angespannt ich bin. Moment, ich heil mich jetzt nochmal. Ach, ich bin voll. Dann speichere ich jetzt nochmal. So. Ah, okay. Das ist Zeitlupe. Ja, ich hab schon die hier Tastenkombination vergessen. Oder die Tastenbelegungen. Wo ist die Taschenlampe? Da. Äh, so. Da, Heilung. Ah. Hier unten können wir lang. Ähm. Gibt es denn hier noch so... Nö, gibt es nicht. Gut, dann, äh, rein da. So, und... Oh, ausnahmsweise mal kein Levelende. Ui, 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 ui. Sonst endet das Level hier, wenn wir runterspringen. Da können wir nicht durch. Nein, aber den können wir aufmachen. Und da gibt es einen Gesundheitsboost. Ja, den hab ich auch nötig. So. Den hab ich sowas von nötig. Und ich mach mal das Spiel ein bisschen lauter. Moment, also bei mir. So. Ach, das ist Wasser. Ah, okay. Ich dachte schon, es schwebt vor sich hin. Man will mich gleich zerfleischen. Aber nein. Ähm. Okay. Ich hab jetzt eher mit den unsichtbaren Viechern gerechnet. Die Musik ist weg. Die hat keinen Bock mehr. Gut, dann geh ich jetzt hoch. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Zeig dich Ich hab mich so erschrocken Oh hey, wow Ich ertrinke, ich ertrinke In, 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 hallo Beruhig dich mal, was war denn jetzt los Mann, Mann, Mann Was war das denn Was zum Oh mein Gott, das hat sich nach Action angehört Da muss ich hin Achso, diese Seite, ja, das, ja So, und jetzt, äh, ach, hier ist es passiert Ah, okay Ich hab gleich kein Licht mehr Und da ist es weg Oh Oh mein Gott, da ist der Typ Komm Oh, 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 komm, bleib, bleib so, bleib so Ja, bleib so, danke Perfekt, ja, das ist deine Schokoladenseite So kannst du ruhig sterben Uiuiuiui Hat der mich jetzt verjagt Siebet ja nicht So, ähm, die Waffen will ich aber haben Hallo, noch eine neue Waffe Ähm, ich wechsle mal hier mit der hier Hallöchen Wie heißt denn die Waffe eigentlich Also, ich kenne sie unter dem Namen Fleischwolf Hm Naja Achso, ich dachte, das wäre eine Waffe Ähm Wow, also es gibt hier echt Coole Waffen in diesem Add-On Und auch echt viele neue Waffen Und ein paar neue Gegner Ja, also lohnt sich, das Add-On zu holen Ähm Will ich da unten lang? Muss ich da unten lang? Nein, gut Da hinten, das sieht so aus, als ob es da irgendetwas Verstecktes gibt So Nein Dann gehen wir mal weiter Und räumen gleich mit unserem Fleischwolf auf Hallöchen, wo seid ihr denn? Was ist das? Nein Position, äh Hey Na? Piep, 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 piep Piep, piep So, dann, äh Das ist jetzt wahrscheinlich das Level-Ende Wieso darf ich nicht runter? Ich will runter, hallo Ah Au Tat nicht weh So Äh Gibt es da hinten was? Ach, damit kann man dich auch zuschlagen Okay Ich dachte, die wäre zu schwer oder so Wobei, die ist eigentlich ziemlich klein, oder? Sieht klein aus Ähm Ich weiß nicht, wo ich hinrenne Ja, auf jeden Fall im Kreis gerade Ja Wow Ach Hier Hä Hier war ich doch Hey, hier war ich doch Doch, 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 doch Ach, ich bin jetzt hier Warum bin ich hier? Ach, nein Sag nicht, ich musste gar nicht runterspringen, sondern Oh Ich musste gar nicht runterspringen Ich glaube, da oben gibt es einen anderen Weg Gut, dann laufen wir das Ganze einfach nochmal So Hat ja Spaß gemacht Hui Nochmal laufen Ja Uh Und Da hinten Ne, da geht es nicht weiter Hier ist Wasser Ähm, ja Und Hoch mit dir Na, kommst du nochmal? Traust du nicht mehr, was? He Puh Glück gehabt Ähm Ja, dann wieder hoch Ja Und jetzt Ne, da hinten gibt es nichts Ähm Ich habe da aber keine andere Tür gesehen Wo muss ich denn lang? Moment Hier war der Typ Da geht es auch nicht weiter Da sehe ich was Ach, da sehe ich was Da sehe ich was Moment Ach, hier geht es auch weiter Bäh Holly ist verwirrt Ganz do Ach, hallo Ah Okay Dann gehen wir weiter Speichern kurz Zack So Na komm, ich will meine Waffe testen Wo seid ihr? Rrrr Kommt her Ruff Schau ich das raus Ruff Schau dabei Ja Doch nicht so Ihr sollt lebendig kommen Das macht ja keinen Spaß Ja Na wo bist du Wo bist du Du schnattern Wow Ja Die ist ganz gut Die ist ziemlich cool Ähm Aber ich behalte sie jetzt erstmal für Ähm Größere Ähm Horden Genau Oh Noch mehr Energieboost Das ist cool Schrotflinte Ne die brauche ich nicht Äh Hier Rüstung Alles nehmen Alles schön nehmen Und da kann ich weiter Gut Dann gehen wir mal weiter Was Oh nein Die haben mich doch gesehen Scheiße Moment Dann setze ich hier jetzt einfach mal eine Granate hin Damit sie nicht von hinten kommen oder so War bestimmt Verschwendung Aber ich hoffe nicht Nichts